Francis Herbert Bradley war ein englischer Philosoph und bedeutender Vertreter des britischen Idealismus. Leben Er wurde in Clapham, Surrey, England als Sohn von Charles Bradley, eines evangelischen Predigers und dessen zweiter Frau Emma Linden, geboren. Ab 1865 bis 1869 studierte er am University College der Oxford University in England. Er versuchte die Trennung zwischen Ethik, Geschichte, Logik, Epistemologie, Metaphysik und Psychologie zu überwinden. Nach mehreren gescheiterten Versuchen eine akademische Laufbahn einzuschlagen, wurde er schließlich fällende ohne Lehrauftrag am Merton College in Oxford. Diese Stellung sollte er bis zu seinem Lebensende halten. Lehre Bradley ist to are Dadurch bekannt, dass er erstmals im Laufe der Philosophiegeschichte die Frage »Warum soll ich moralisch sein?« in dem Text »Why should I be moral?« aufwarf. Der Text löste im 20.J.D. eine bis heute andauernde philosophische Debatte um die Titelfrage auf, welche in diesem Rahmen mehrfach ein Titel von Büchern und Buchkapiteln wurde. Das Bradley Zitat »Where everything is but it must be good or no I worst« steht an erster Stelle in Teil 2 von Theodor W. Adornos minima moralia. Als Hauptwerk Bradley's gilt der Essayerscheinung und Realität. Diese Schrift diente als Grundlage für Bradley's Schüler Bertrand Russell und Alfred North Whitehead, sich kritisch mit dem von Bradley vertretenen Hegelianismus auseinanderzusetzen. Vor allem Whitehead erkannte trotz seiner grundlegend anderen Lösung in Prozess und Realität den Einfluss Bradley's an. Obwohl ich im tragenden Teil des Werkes im scharfen Widerspruch zu Bradley stehe, ist der Unterschied im Endeffekt dann doch nicht so groß. Sein Insistieren auf dem Empfinden Feelings stimmt genau mit den eigenen Schlussfolgerungen überein. Wenn man glaubt, die hier formulierte Kosmologie sei sinnvoll, fragt man sich natürlich, ob diese bestimmende Denkweise nicht aus der Übertragung einiger Hauptthesen des absoluten Idealismus auf eine realistische Grundlage entstanden. Ist Bradley vertrat eine Theorie der Erfahrung, die auf einem ontologischen Monismus beruht, das heißt, dass alle Reale nur als Einheit erfasst werden kann. Der Zugang zur realen Welt ist unmittelbar und kann nur fühlend erfahren werden. Von Gegenständen, Sachverhalten oder Ereignissen kann man nur sprechen, indem man die im Fühlen erfasste Einheit im Denken trennt. Die grundlegenden Begriffe für das Weltverständnis wie Substanz, Kausalität, Relation oder Quantität beinhalten jeweils zwei kontradiktorisch entgegengesetzte, aber gleich wahre Urteile. Dies führte Bradley zu einem grundlegenden Erkenntnistheoretischen Skeptizismus, Werke, Einzelausgaben Appearance and Reality, Principles of Logic, Why Should I Be Moral, In, Ethical Studies, The Clarendon Press 1876, Oxford, Werkeausgabe Collected Works, Thomas Bristol 1999, ISBN 1855065770, A Pluralistik Approach to Philosophy, 1865 zu 1882, A Focus on Metaphysics and Psychology, 1883 zu 1902, Refinement and Revision, 1903 zu 1924, Selected Correspondence, June 1872, December 1904, Selected Correspondence, January 1905, June 1924, Ethical Studies, The Principles of Logic, 1. The Principles of Logic, 2. Appearance and Reality, Essays on Truth and Reality, Collected Essays, 1. Collected Essays, 2. 2. 2. 3.